Oh nein, jetzt Dual-Talent ist ja jetzt hier available. Nein. Wieso nein? Hast du nicht eben gesagt, oh nein, Dual-Dings ist ja... Oh, ich hab doch Wasserwandel, nennt man das. Aber da brauch ich Fischöl für. Ich nenne es Waterwalking. Ich hab gesagt, oh nice. Ja, okay. Hab ich gesagt. Astraler Rückruf. Reist den Zaubernden durch den wirbelnden Nether zurück nach Astranar. Spricht mit einem Gastwirt an einem anderen Ort, um eure Heimatort zu ändern. Hä, warum hab ich da so ein Special-Ding? Ich weiß nicht, oder warum? Ich weiß es nicht. Ist, äh, Astraler Rückruf, ne? Oder so. Die Spindler, oder? Jetzt wohl das war's für mich auch scheiße. Oh, ich kann jetzt selbst Wiesel-Action machen. Über Rekarnation. Das ist nice, dann haben wir beide so ein Ding. Scheiße, in Arena nicht gehen. Aber im Battleground, ne? Witzig, dass Warlocks auf Level 50 einfach mal den Skill kriegen, äh, Intelligenz plus 5%. Ja, da sieht man, auf welchen Ebenen Blizzard hat das Balance. Oder versucht zu messen. Also versuchen, sag ich mal, ne? So. Ich bin mal gespannt, was der Kettenbildschrank so anrichtet. Hier sind aufwiegeladete Deserteure. Ui Shit, hier ist ganz schön was im Hagen, zuhören. Komm's, wir gehen. Ich komme, oder? Unsere tapferen Streiter fliegen zur festen Nordwacht. Ich konnte Belgium im Internat abgeben, da haben die mir einen neuen Öffengeschickt. Slunum. Hä, wie hast du denn? Hä? Hast du den Fellhanner? Mhm. Belgium, du bleibst jetzt hier. Ich weiß nicht, wo Slunum herkommt. Wahrscheinlich aus Transylvanien. Slunum, Slunum. Ich leibst jetzt unser Vor-In-Den. Schuss. Die Untertitelung des ZDF und das ZDF. Weißt du nicht, was ich da hier wieder an? Zdkuck. Pfuh. Zdkuck. maybe Puh. Zdkuck. Bambi. Zdkuck. Mein Rücke macht schon wieder nicht mehr mit. Achtung, ich lande. Ach, hallo zu schlönem. Der da oben ist ein Quest, fuck. Na ja. Ich habe schon versucht den direkten Weg. Welches Quest denn? Da oben ist er vorhin. Den quest für schlingen da. Hast du grad versucht in deinem Questlog das Quest zu finden was ich meint? Ich dachte ich habe es vielleicht und du nicht. Ich habe keine Ausrufezeichen gesehen. Welch nicht-invidentraler Beweis. Hier ist es nicht, aber wir sind am Turm. Ich kann mir jetzt sogar nicht einmal auskommen. Versorgung nachher mal ein. Oh, good day to you. Ich schenke ich nicht. Jetzt müssen wir hier sein. Jumake. Ich glaube es gibt einen Fisch. So. Bis mal weiter. Kann noch. Ein toter Mann. Hier, Königsbyt. Kann man das schon? Ich glaube ich kann es noch nicht. Oh nicht. Fuck! Damn, wenn wir es beide nicht können. Scheiße. Ha, ich mag gleich noch Ketten schneiden. Und, da funktioniert es nicht. Pull mal ein paar. Ich pull mal ein paar. Ich pull mal nur mit Corruption. Das ist ja eh mein Main-Tank-Spill. Oh, shit. Nein, ist irgendwas schon dauernd geworden? Beim Ersten habe ich 330 mehr. Wow, cool. Nein, ich freue mich für dich. Ich will mal was anderes auswählen. Und zwar... Und ich habe Live-Technik, wo hast du mir so live? Mit Flammenschack. Macht das auch Aoi? Mhm. Ich bin an der Sache dran. Ich kann mir jetzt Gesundheit schneiden. Ich hätte nicht so viel gemacht. Aber ich hätte Soul-Link nicht anfangen. Nice, danke. Leute, da hast du noch keins. Na gut, jetzt guck nicht, dass es Toast gibt. Ne, glaub ich nicht. So, mal wieder. Kennen wir dir. Tschööööö. Ich habe Frostshock noch einen, der war mal so impa. Oha, cool dann. Nice, nice kill. Was ist Frostshock? Fuck you. Nein, Gott, du kannst ja nichts dafür. Ich werde, du spielst am Skill Cap im Moment. Und das ist echt nicht schwer. Womit ich nicht sagen wollte, dass wenn es schwer wäre, dass du es nicht findest. Das wollte ich nicht sagen. Nee, wirklich nicht. A well of Warcraft destroyed my friendship. Ich sammle mich mal in die Belgier ein. Früher haben die Silber geklaut gehabt. Das kam mir nicht immer suspektvoll. Und mit dem letzten Logic Patch wurde es gefixt. Hallo. Hallo. Ja, mein Kult. Ich glaube, wir müssen da wieder rein. Auf die Sporns warten. Hast du die Kisten schon? Wo sind die Kisten? Hier ist eine Kiste. Aha, also kein Silber, sondern Beutekisten. Ja, Beutekisten. Nicht Vorratskissen. Beutekisten. Kindle Jack. So, nur noch einer, aber noch ein paar Kisten. Ah, ich hab nen verbackenen Typen, hm. Ok, ist ne Eisenvorkommen? Kann ich auch noch nicht. Ne, also wir haben's verkackt über Steinkeilgebirge? Jep. So, noch eine Kiste, dann hab ich alles. Nice. Lila Elec, ich will dich. Aha. Das musst du ja auch selber jetzt aufschampfen. Komm Elec, lila Elec, wir gehen. Den hab ich gelegt. Mit Slonem. Oh, hier ist ein geheimes Camp. Sind da auch geheime Quests? Ja. Ist das wirklich so? Ja. Aha. Mhm. Guck, die Quests sind gar nicht geheim. Die kenn ich doch schon. Oh ne doch, hier sind neue Quests. Entschuldigung, you guys. Nice, Glückwunsch, Glückwunsch. Same, dude. Same. Ne? Boah, ist so schön hier. Man kann's gar nicht so ausführlich genießen. Oh, ein Punkt vergeben. Ja. Ja. So schön. Auch episch, ne? Ja. Das überwältigt mich. Hm. 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 Da haben sie es jetzt noch, noch abwechslungsreicher gemacht. Ist dir irgendwo ein Gast aus in diesem Camp? Ich gehe mal davon aus, nein. Dem nicht mal greifen, also. Wir müssen reiten. Hm. Also ich hab's aber auch gerne. Hart. So Gebiete, hm. Wo einfach ganz viel... Nichts. So ne Grasfläche ist. Also ne Steppe oder halt ab und zu mal ein Baum oder so. Aber so ist halt die Lande, ne? Wie das alte Brauchhorn? Ja. Ich weiß im Norden, ist glaub ich immer noch so aus. Und das finde ich gut, dass du dich daran erfreuen kannst. Aber auch so ist es natürlich auch awesome, ne? Aber ich... Ich mag beides, ne? Hm. Und hast du schon mal mit jemand anderem darüber gesprochen? Vielleicht einen, ähm, den es interessiert. Vielleicht, ne? Vielleicht, ne? Mich interessiert auch, was du von der Landschaft hältst. Die müssen noch das Meer, noch mehr mit einbringen. Noch mehr. Ja. Ja, ich werde mir das notiert. Okay. 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 Im nächsten Tag kriegst du eine E-Mail von Blizzard. Wir werden das natürlich machen und es tut uns leid, dass sie Krebs haben. Scooby hat uns alles gesagt. Das ist koscher da, inmitten von den weisen Kindern, in so einer Blitz, wie soll ich sagen, Filiale. Dann ist der Burger mit denen und alle so klein und eher nicht so klein. Hat ein schlechtes Gewissen, aber Scooby steht am Fenster, schwebe und winkt ihm. Wo ist das Gassos? Ich weiß nicht, ich folge dir doch auch nur. Das kann ja echt nicht wahr sein. Ist das wieder dein schlimmer Grems? Mein schlimmer Grems, weil ich zu viele habe. Dann müssen wir fliegen nach Terramor. Wir können auch Ruhestein in der Astronaut benutzen. Was geht's denn in der Astronaut? Mein Gott, es geht hier nur ums Gaster. Mein Gott. Aha, aha. Du bist ja nicht gleich so zu Anfang. Du, du hast noch vor mir mit Ruhestein angefangen. Oh, ich hab auch gebraucht. Aha, ne Falle war's. Hm, du bist doch reingefallen. Die Kocher sind jetzt in der Falle. Nein. Blub. Oh, das Bettchen. Schleunum, du musst draußen bleiben. Ach. Oh, ist ja nicht süß. Und ich lass die Laser Eis haben. Nein. Wir wissen ja nicht.